Hallo, ich bin der Ralf. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. In meinem heutigen Video geht es um dieses super leckere Roggenmischbrot. Und das Beste an diesem Rezept ist, es funktioniert ganz ohne Spezialequipment. Das heißt, du brauchst kein Gärkörbchen oder sonst irgendwas. Falls du einen gusseisernen Topf hast, ist der von Vorteil. Dann geht es einfach ein bisschen schöner auf. Falls nicht, ist das auch nicht so schlimm. Dann kannst du das Brot einfach zu Hause im Backofen backen. Außerdem habe ich hier noch eine Spezialzutat drin. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Ich habe mir hier ein paar Sonnenblumenkerne mit reingegeben, einfach weil ich den Geschmack mag. Wenn du lieber Kürbiskerne oder Leinsamen oder von mir aus auch gar keine Kerne magst, dann ist das auch kein Problem. Du kannst entweder die Sonnenblumenkerne tauschen oder du lässt sie einfach weg. Schmecken trotzdem super lecker. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem anschließenden Video und beim Nachbacken. Wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann poste diese gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Like da. Vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und am besten auch direkt die Glocke zu aktivieren. Dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Ich habe hier schon mal 100 Gramm Weizenvollkornmehl drin. Da kommen jetzt 100 Milliliter Wasser hinzu. Und dann brauchen wir noch einen Sauerteig. Wenn du noch keinen Sauerteig hast, dann verlinke ich dir jetzt oben das passende Video. Wie du siehst, der hat schon eine schöne Blasenbildung. Also der ist wunderbar aufgegangen. Das kann man auch hier oben jetzt nochmal ganz gut sehen. Und da brauche ich jetzt 20 Gramm. Das Ganze wird jetzt verrührt. Und da ist es einfach wichtig, dass man auch immer mal in den Rändern an den Gläschen rührt. Und ich nehme mir so ein Glas ganz gerne. Weil das kann man auch einfach mal umdrehen. Und man kann unten mal schauen, ob man wirklich das ganze Mehl erwischt hat. Wenn das Ganze verrührt ist, kommt noch ein Deckel drauf. Dann lasse ich den Sauerteig jetzt erstmal für zwei Stunden in der Küche stehen. Damit schon mal die Hefepilze und die Milchsäurebakterien so ein bisschen auf Trab kommen. Und dann kommt er für sechs bis acht Stunden in den Kühlschrank. Wenn das ein bisschen länger ist, ist das auch überhaupt kein Problem. Nur nicht länger als 24 Stunden sollte es sein. Man kann auch gerne noch so ein Gummibändchen drumrum machen um das Glas. Dann kann man am nächsten Tag besser kontrollieren, wie weit der aufgegangen ist. Wie du siehst, ist der Sauerteig jetzt wunderbar aufgegangen. Der hat sich fast verdoppelt. Beziehungsweise der hat sich verdoppelt. Hätte man ein dünneres Glas genommen, dann wäre das Ganze viel höher gestiegen. Ich glaube, man kann es auch ganz gut sehen, dass sich hier oben wieder diese Bläschen gebildet haben. Dass das fast aussieht wie eine Mondlandschaft. Ich habe hier ein Weizenmehl Typ 550. Und hier habe ich ein Roggenmehl, 1150. Vom Weizenmehl habe ich 290 Gramm. Und vom Roggenmehl habe ich 140 Gramm. Dann brauchen wir weiterhin 50 Gramm Sonnenblumenkanne. Und 15 Gramm Meersalz. Das gebe ich jetzt hier schon mal rein. Verrühre das ein bisschen, dass sich das alles schön vermischt. Hier habe ich jetzt 175 Milliliter lauwarmes Wasser. Und 175 Milliliter Buttermilch. Wenn du jetzt keine Buttermilch hast, kannst du natürlich auch normale Milch nehmen. Oder halt eben die Buttermilch durch Wasser ersetzen. Den Sauerteig geben wir jetzt da dazu. Ich habe jetzt alle Zutaten zu einem relativ groben Teig verrührt. Der wird jetzt abgedeckt und kann jetzt erstmal 30 Minuten ruhen. Falls du dich gefragt hast, was denn mit dem Mehl ist. Das sind nochmal 50 Gramm Weizenmehl Typ 550. Das wird dann danach noch in den Teig reingeknetet. Der Teig hatte jetzt eine halbe Stunde Teigruhe. Jetzt hole ich den mal aus der Schüssel raus. Weil wir müssen ja noch die restlichen 50 Gramm Mehl einarbeiten. Dafür tue ich den Teig jetzt erstmal schon mal schön mit Mehl bestreuen. Dass er mir dann nicht so an der Arbeitsfläche anklebt. Auch immer gerne mal wieder die Finger ins Mehl taugen, falls er ein bisschen klebt. Und den Teig einfach rausholen. Wenn der sich jetzt so ein bisschen zieht, das ist nicht schlimm. Weil wir wollen jetzt eh dehnen und falten. Also von dem her ist das jetzt gar nicht wirklich wild. Falls du einen Teigschaber hast, kannst du damit noch die restlichen Teigreste aus der Schüssel rausholen. Die Schüssel sollte relativ sauber sein. Weil da kommt er jetzt dann danach wieder rein. Und jetzt geht es ans Dehnen und Falten. Dafür nehme ich den Teig. Klappe ihn erstmal ein bisschen übereinander. Und meine Hände nochmal mellieren. Und den Teig nochmal mit Mehl bestreuen. Und jetzt ziehe ich den einfach so hoch und schlage ihn übereinander. Es geht am Anfang noch ein bisschen schwierig. Aber je mehr Mehl da erstmal in dem Teig drin ist. Und natürlich auf der Arbeitsfläche. Umso leichter geht es dann. Den Teig einfach mehrmals übereinander klappen. Und immer mehr Mehl einarbeiten. Dabei immer ein bisschen so nach vorne drücken. Den Teig immer mal wieder einschlagen. Zu dir hinziehen. Und immer wieder nach vorne drücken. Und wenn er anfängt wieder ein bisschen zu kleben, dann einfach nochmal Mehl zu geben. Das ganze Mehl habe ich nun eingearbeitet. Jetzt fängt er wieder an so ein bisschen zu kleben. Aber das Kleben, das machen wir uns jetzt zunutze. Jetzt gibt mir den Teig gleich nochmal richtig Spannung. Ich nutze jetzt dafür eine Teigkarte. Keine Angst, beim nächsten Dehnen und Falten zeige ich dir, wie du das Ganze ohne Teigkarte machen kannst. Wenn du eine Teigkarte hast, dann machst du das jetzt einfach so wie ich. Gehe dabei am besten mit der Teigkarte unter den Teig. Schiebe den Teig dabei von dir weg. Dreh dabei die Teigkarte in einem 45 Grad Winkel. Und ziehe dabei den Teig einfach wieder zu dir hin. Jetzt ist der Teig eine schöne Kugel. Und jetzt kommt er einfach wieder zurück in die Schüssel. Und dann darf er nochmal für eine weitere Stunde gehen. Unser Brot hatte jetzt nochmal eine Stunde Teigruhe. Ich habe mir jetzt schon mal eine Schüssel hingestellt mit kaltem Wasser. Damit tue ich mir immer die Hände befeuchten. Und jetzt geht es ans Dehnen und Falten. Dafür einfach den Teig nehmen, immer so ein bisschen anziehen und übereinander klappen. Und das einmal ringsherum machen. Und immer dabei die Finger einfach wieder ein bisschen anfeuchten. Und den Teig immer wieder schön übereinander klappen. Und wie du siehst, nach einer Zeit hast du schon wieder wie so eine Art Kugel geformt. Und dann sollte sich der Teig auch richtig schön aus der Schüssel rausnehmen lassen. Das, was ich jetzt im letzten Schritt mit der Teigkarte gemacht habe, habe ich ja gesagt, das will ich dir jetzt zeigen. Dafür nimmst du jetzt einfach den Teig, umschließt mit beiden Händen den Teig und ziehst ihn zu dir hin. Und dann trägst du ihn immer wieder im 45 Grad Winkel. Und dann kriegt er auch nochmal richtig Spannung. Wichtig ist dabei nur, dass du die Arbeitsplatte nicht mit Mehl bestreust, sondern wir brauchen die Reibung der Arbeitsplatte. Und dann kann man den immer schön zu sich hinziehen. Und mit jedem Mal wirst du feststellen, dass die Oberfläche trockener wird, der Teig mehr Spannung bekommt. Und das ist letztendlich das, was wir erreichen wollen. So, jetzt haben wir ein schönes Kügelchen. Und das geht wieder zurück in die Schüssel. Kommt wieder ein Deckel drauf. Und dann darf der Teig nochmal für eine halbe Stunde bis Stunde gehen. Unser Brot hatte jetzt nochmal eine Stunde Teigruhe. Wie du siehst, ist der Teig ungefähr ums doppelte Volumen aufgegangen. Ich bestreue den jetzt mit Mehl. Und ich schaue vor allem, dass ich auch zwischen die Schüssel und das Brot komme. Weil ich natürlich verhindern möchte, dass meine Teigkarte irgendwie am Teig das Kleben anfängt. Jetzt löse ich den vorsichtig an. Wenn du keine Teigkarte hast, kannst du natürlich auch gerne die Hände nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt greife ich einfach vorsichtig drunter. Dabei auch immer die Hände so ein bisschen mellieren und löse das Brot vorsichtig an. Und jetzt können wir das Brot in die finale Form bringen. Dafür nimmst du ein bisschen Teig, ziehst ihn weg und klappst ihn nach innen ein. Und das Ganze einmal rum. Dabei den Teig einfach so ein bisschen drehen und immer wieder was wegziehen und in die Mitte drücken. Und das wiederholst du jetzt einfach, bis du einmal um den kompletten Teig rum bist. Wenn der Teig so ein bisschen das Kleben anfängt, dann kann man natürlich nochmal ein bisschen Mehl drunter geben. Ich mache das jetzt noch ein zweites Mal. Wenn du merkst, dass der Teig so ein bisschen das Reißen anfängt, dann lieber aufhören. Wir wollen natürlich nicht, dass die ganze Spannung, die wir jetzt da reingebracht haben, dass die aus dem Teig wieder rausgeht. Übrigens hat es denen und feiten natürlich auch einen Sinn. Zum einen straffen wir dadurch das Klebereiweiß beziehungsweise das Gluten. Dann wird einfach die Temperatur im Teig nochmal besser verteilt. Der Teig ist ja unterschiedlich warm, außen kälter als innen oder andersrum. Und wir verteilen die Luftbläschen einfach nochmal gleichmäßiger. Mir hat der Teig jetzt einfach noch ein bisschen zu wenig Spannung. Deswegen ziehe ich den wie vorhin jetzt mit den Händen einfach nochmal über die Arbeitsplatte. Das überflüssige Mehl habe ich natürlich vorher wegschoben, weil auch da will ich natürlich wieder die Reibung der Arbeitsplatte nutzen. Jetzt hat unser Teig eine schöne Spannung. Jetzt wird er noch kurz bemehlt. Auch die Schüssel wird bemehlt. Zur finalen Gare kommt er jetzt ja wieder zurück in die Schüssel. Dafür löse ich mir den jetzt nochmal vorsichtig an. Geben in die Schüssel rein. Das restliche Mehl, was hier so auf der Arbeitsfläche ist, das sammle ich mir noch ein bisschen zusammen und bestreue damit den Teig. Und ganz zum Schluss tue ich ihn jetzt einfach nochmal in der Schüssel ein bisschen rumrütteln, damit es wieder eine schöne Kugel gibt. Und jetzt kommt wieder der Deckel drauf und dann darf der Teig jetzt final nochmal ein bis zwei Stunden gehen. Mein Brot ist jetzt circa nochmal eineinhalb Stunden gegangen. Wie du siehst, der Teig ist wunderbar aufgegangen. Der hat jetzt sein Volumen fast um das eineinhalbfache verdoppelt. Und jetzt ist Zeit, dass wir es endlich backen. Ich bemehle jetzt den Brotteig nochmal, löse ihn wieder mit der Teigkarte an. Alternativ kannst du das natürlich wieder mit den Händen machen. Wichtig ist auch, dass du deinen Backofen zu Hause einfach schon mal rechtzeitig vorheizst. Ich backe ja mein Brot jetzt in einem gusseisernen Topf. Das heißt, ich habe meinen Topf jetzt schon ungefähr eineinhalb Stunden bei 225 Grad Ober-Underhitze vorgeheizt und bin jetzt natürlich bereit zum Backen. Wenn du keinen gusseisernen Topf hast, nur so als Tipp, vielleicht hast du ja mehrere Backbleche zu Hause, dann gib einfach die mit in den Backofen rein. Je mehr Volumen bzw. je mehr Material in dem Ofen mit erhitzt wird, umso besser kann der die Hitze natürlich auch halten. Oder im Idealfall hast du vielleicht auch einen Backstein oder einen Pizzastein, ist übrigens dasselbe. Dann nutze einfach den, aber dann denke auch da bitte dran, dass du sowohl den Backstein als auch die Backbleche natürlich rechtzeitig mit vorheizst. Die ersten 15 Minuten der Backzeit sind nun rum. Ich tue jetzt den Deckel runter und schau mal, wie wunderbar das schon aufgegangen ist. Wenn du zu Hause jetzt keinen gusseisernen Topf hast, ist das auch überhaupt kein Problem. Wir gehen jetzt mit der Temperatur zurück und zwar von 225 Grad. Oder wenn du zu Hause eben einen Backofen hast, der 250 Grad leistet, dann gehst du jetzt eben von 250 Grad zurück auf 200 Grad. Und bei 200 Grad backe ich es jetzt für weitere 35 Minuten. Wenn du zu Hause 250 Grad jetzt am Anfang hattest, dann stell lieber erst mal 30 Minuten ein. Die Backzeit ist nun um. Mal schauen, ob das Brot was geworden ist. Boah, ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich hole es jetzt mal noch aus dem Topf raus und will dir mal noch zeigen, woran du erkennen kannst, wenn das Brot richtig durchgebacken ist. Man muss dann eben nicht reinstechen oder irgendwas, sondern man dreht es um und klopft unten mit der Faust oder mit dem Fingerknöcheln einfach mal ein bisschen drauf. Und wenn sich das so richtig dumpf oder hohl anhört, dann ist das Brot fertig gebacken. Jetzt muss es leider noch kurz auskühlen und dann sehen wir uns gleich beim Anschneiden nochmal. Endlich kommt das auf, was wir schon so lange gewartet haben. Das Brot ist jetzt ausgekühlt. Jetzt ist es Zeit zum Anschneiden. Es knackt richtig schön. Es ist super kross. Es ist schön fluffig, wie du vielleicht schon erkennen kannst. Es hat eine tolle Krume, eine schöne Porung. Und was gibt es jetzt Besseres als ein schönes frisches Brot? Genau, ein schönes frisches Brot mit Butter. Ich kann euch verraten, es schmeckt wirklich herrlich. Ich würde sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann poste diese gerne in die Kommentare. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das bitte jetzt. Aktiviere am besten direkt die Glocke. Dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Und mein nächstes Video ist auch schon in Planung. Da wird es darum gehen, dass ich euch mal zeige, wie man ein Brot wirklich vom Anfang bis zum Ende backt. Also ich meine damit, ich beginne wirklich mit Mehl. Dann ziehen wir den Sauerteig. Und aus dem gewonnenen Sauerteig backen wir dann ein Roggenmischbrot. Ich freue mich schon riesig drauf. Bis bald. Tschüss.